... psychisch. Aufgang? Rondat, Flickflack. Ja, ist gut gegangen. Schrittsalter, ja? Ja? Hat nun der Sturz bei dieser schwierigen Sprungfolge was mit dem Sturz vom Stufenbahn zu tun? Nicht unbedingt. Einen halben Punkt Abzug gibt es in jedem Fall. Dagmar Kersten ist erst 15 Jahre alt. Erst im Oktober hat sie dieses Alter erreicht. Es fehlt ihr natürlich noch ein bisschen, ein bisschen an Wettkampfstabilität. Seil aufwärts, leichte Schwierigkeiten. Aber sie hat gestern den Vierkampf gewonnen. Für viele Turnerinnen und Turner ist der Vierkampf ohnehin wichtiger als die Geredefinals. Doppelsalte zum Abgang. Für die Zuschauer und für die Medien sind natürlich die Geredefinals.